In dieser Folge, einer der größten Skateparks von Kalifornien, Linda Vista Park, kosten 7,6 Millionen Dollar auf 3.160 Quadratmetern, finanziert durch die Tony Hawk Foundation und CDO H. Man muss dazu sagen, an den vorherigen zwei Tagen haben wir es uns schon ordentlich gegeben, geskatet, was das Zeug hält und wir haben kassiert. Aber hey, wir sind in Kalifornien, wir werden weiter skaten. In diesem Video gibt es noch eine Überraschung, einer der weltbesten Free Skater. Wir sind am Linda Vista Skatepark, hier kommt man schon an und hier geht es schon ab. Da geht es schon ziemlich ab. Deutsche bei meinem Park hin, sorry amerikanskis, jetzt kommen deutsche Kartoffeln. Wir haben hier noch was zu essen am Start. Da geht es schon mal rein. Ich skate mal über diese Brücke hier. Wow. Brücke über Skatepark, wow, Paradies. All righty, righty, right. Das ist mein richtig geiler Skatepark. Was ist los, Amerika, hallo? What the heck? Jetzt wird erstmal gefoodet. Ich probiere jetzt erstmal was halbwegs gesundes zu essen. Hier mit der Soße hat es sich auch wieder erledigt, aber okay. Schön randau. Shakey, shakey. Shakey, makey, likey. So, okay. Das ist ein guter Kontrast, so schwarz-weiß. Gurke. Ich nehme euch mit auf die Tour. Komm, das ist die Kante. Von Lindner Vista Skatepark. Skatepark. Und ich Musik 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 Schau mal an, das hat es, comfort Hier ist es ja auch mega cool Ich weiß gar nicht wo man anfangen soll, aber ich glaube es ist super cool für heute mal eine ganze Fulltour von dem Slope Park zu sehen Auch wenn der Skatepark Millionen gekostet hat, finde ich, jedes Objekt hat seine Daseinsberechtigung und macht auch Sinn in diesem Skatepark. Einfach nur durch zu cruisen macht auch schon sehr viel Spaß, reicht eigentlich auch schon aus zu cruisen. Man kann hier, glaube ich, Wochen und Monate verbringen, wenn man sich so viele Ecken raussuchen kann, wo man neue Tricks üben könnte, bis man den Park durchgespielt hat, dauert es ein bisschen. Ich guck auch, dass sie hier mal so Brick-Muster haben. Oh mein Gott. Sie ist kaputt. Ich bin frohe. Ich kann aber kurz durchdrosen. Das ist eine Full-Pipe. So, hier rüber. Jetzt weiter, jetzt weiter. Es ist sehr steil hier. Es geht schon ein bisschen runter. Das ist einer der größten Parks auf jeden Fall, die es hier gibt in Kalifornien, die ich überhaupt gesehen habe. Hier ist schon mal eine Pool-Session am Start. Hier geht es schon mal richtig ab. Thomas ist am Start. So crazy hier. Ja, fahr mal eine Runde. Ich fahr hier hinterher. Boah. Okay, Pullover. Let's go. Ich habe meine Passengeräte. Rausgerutscht. Boah. Was ist das denn so? Ja. Ich bin nicht so used to this park yet. ich habe den weltbesten free skates skater hier gefunden in san diego so so how long you doing this so jack you drop in the bowl with those free skates there's crazy riders out in china and japan they are at like the top top level in america we have like two or three people that are riding close to that level but i'm probably one of the top top like three four five riders in america right now so that's pretty cool have you been a skater before no so you started with those i snowboarded i've snowboarded for 15 years so i had a little bit of a flow you know yeah they're they're kind of crazy most people will always turn their heads when you pass by them oh my gosh what are those one thing i like is just flat ground riding on flat ground is kind of uh ah ha 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 let me show you like three tricks on flat ground okay sure so you can do throws where you throw it and then reconnect you can do uh kickflips here let me come around kickflips where you kickflip it land it you can do all sorts of things like swapping the skates uh swapping the skates you step on one platform and you step on the other yeah i've seen you doing this inside of the quarter pipe flat land flat tricks yeah you can do a spin catch it it's on the rim but can we do a little follow in the ball oh yeah trust me oh my gosh he's going in not the best landing on the foot you have to be very precise with the oh shoot oh yeah thanks for recording the company is based in san diego so thomas let's do this my bobbyen try him on flat you want to try to try it yeah that's the basic instructions yeah you want your feet perfectly centered so there's a little bit of red on each side and then uh toes down to start also it turns a little bit here from the here to there yeah these are curved wheels yeah okay i see they have flat wheels too though toes down to start yeah lift up your front foot and push off and then you it's toes in toes out toes in ruse and toes out toes in toes out so it's it's this two these two motions toes out toes in toes out toes in okay you have to pivot them into the ground it's what's yesterday i can very hot okay we're in a dangerous location fall here nicht rein thomas is that thomas weg im pool up okay okay stable stable oh man nice let's go hey that was better that was really good learn with like a fence or something like that you know i'm amazed you even tried you guys are you guys are you guys are awesome you guys are awesome you guys are going in okay straight line at first this and yeah yeah this oh wow you're already doing it that's amazing that's amazing oh my gosh you went very far you're already picking a skater oh my gosh there's no way no way oh my gosh you're probably it's okay it's okay i'll get it for you no 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 it went all the way down there you did so good i i'm very impressed i don't know if i've seen actually try again yeah you can that was amazing thank you so much that was probably one of the best attempts i've seen really yeah you immediately picked it up yeah you told me how to do it well yeah but is it most people aren't comfortable doing that uh there is a left and a right skate so right right left so yep you have them correct oh oh my gosh how much are these 120 dollars so not not too bad and where are they starting uh just here in san diego starting your price wise oh 120 and then you can customize what 120 dollars is start yeah and where does it go only 150 they do custom sets okay oh my gosh give me push 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 yeah yeah thanks oh that's impressive thank you so much i gotta give you give you props if you would mind getting one or two more shots of you oh yeah stuff oh come up with just the back rock to fakie rock and roll okay okay i'm gonna try and do uh free flip oh throwback free flip oh no what the world's best free skater in the house here in san diego i'm one of them i'm just uh probably third best maybe third best in the world no just in just in the united states maybe that's in the world no if you want to see some crazy crazy free skaters yeah if you look up japanese or chinese free skating it will blow your mind i am like at a baby level compared to what they're where they're at jake thank you very much yeah no it was awesome seeing you guys try him out it's a nice vibe out here right oh yeah so good most days at linda vista just never fail so you're from here no i'm from minnesota up north i just moved down here trying to maybe help these guys spread the sport spread the stoke you will yeah i could see him going to the olympics one day i think they will coolness is really this bridge that goes down here you can also look at the top of both sides runter gucken schauen wir mal zum david was sagst du ziemlich schwer er hat mir gerade ein paar tricks gezeigt es geht in ein jahr und er hat kasse tricks gemacht was du tricks hast du gelernt ich habe keine tricks gelernt aber er hat mir welche gezeigt er lernt kann noch ein kickflip bleibt dass wir bei dem ollie schon so macht das schon gut und er kann diesen kumpel ich glaube es ist ein 360 du springst und das bord dreht sich quasi so einmal einmal ohne kickflip ja genau für sich sie schafft für sich sie schafft david wird zum ersten mal eine skateboard rampe fahren jetzt mein helm und hier geheimnis wirklich einfach nach vorne lehnen ohne ende hier ist eine bank ist nicht so schlimm wie eine quarter pipe ok ich kann auch eine hand nehmen mit dir zusammen fahren beim ersten mal zusammen fahren nein 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 ich bin alleine ja i doubted was war der fehler so wenig nach vorne gelehnt ich habe mich so nach vorne gelehnt ich bin drin ich bin drin ich bin drin jetzt deine hand dann nach da linken ja jetzt drauf wo soll ich jetzt hin wenn du wieder rein gehst hier da muss der arm der vorderen nach unten zeigen ok ok er hat's geschafft erste drehung als von 80 kirk hören heißt ja alles nice 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 cool cool wie fühlt es sich an bänger bänger ich will mehr ich will mehr direkt nochmal nach vorne in die hockey gehen ich bin da ok ok gerettet ich mich jetzt gemauelt dieses nach vorne lehne so schwer ich will das packen go ja das ist gut hätte ich geschafft ich weiß es nicht haus eine hand nach vorne die eine eine die klo ooooh oh 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 Falls du jetzt Skateboarden lernen möchtest, dann checkt TomKillSkate.com aus, dort gibt es die besten Anfänger-Skateboards und Profi-Skateboards. Und falls du schon Skateboards fahren kannst, checkt trotzdem TomKillSkate.com aus, dort gibt es Sachen, die hast du noch nicht. Gleich nochmal. War sehr nice. Ey, wir müssen auch mal langsam machen jetzt. Ja, ich bin so hyped, Alter. Auf dem Weg von San Diego nach Los Angeles checken wir einen weiteren Skatepark aus, den Poots Park. Und wir sind schon wieder am nächsten Skatepark, der Poots Park. Hier ist der Pool. Richtig schön smoother Boden. Rollt gut. Rollt gut. Richtig. Nippie. Auf jeden Fall, nur kurz von mir. Die Nippie. Die Nippie. Die Nippie. Skrrt, Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017